äh, gegenseitig töten also, hallo, hier ist TheBleach wie man an dem Pils sehr schwer erkennen mag und ich hab hier von meinem besten Freund SilverDummy erfahren sorry, mein scheiß, ist cool dass YouTube gerade, dass alle Let's Player Krieg haben wovon ich irgendwie jetzt gar nichts weiß und ich check das irgendwie nicht, wie ihr alle Krieg haben könnt YouTube ist ein Website wo man Videos drauf stellt wie will man da Krieg haben und Leute, ihr könnt euch doch, ihr könnt euch zusammenscheißen ja, in Nachricht nur so ein Kack ihr könnt euch mit Battles irgendwie fertig machen ja, ich, es gibt viele Let's Player, die ich mag und es gibt viele Let's Player, die einfach Opfer sind ja, ich will jetzt keinen Namen nennen aber es gibt sehr viele Let's Player, die gut sind alle, die wir abonniert haben und unsere Freunde, die mögen wir ja deswegen haben wir sie abonniert ja, und es geht mir irgendwie am ARFCH vorbei dass ihr, ähm, hier alle irgendwie euch bei Battles fertig machen wollt was wollt ihr damit erreichen? jeder macht seine Let's Plays hat seine Abonnenten jeder hat jemanden äh, jeder hat ein paar Tüten, die ihn mögen damit hat sich, damit hat sich das wie wollt ihr denn Krieg haben? sagt es mir! ok, wir sehen uns im nächsten Video mit Silverdummy 2 4 4 5 6 6